Willkommen zurück zu einer neuen Minecraft Aufnahme von meinem Let's Play, in dem wir ja immer noch versuchen die Menschheit irgendwie zu retten und denen neue Behausung zu bauen. Was machen wir? Wir haben ja in den letzten Folgen haben wir ja erstmal das Schafproblem da gelöst, weil die sich alle da versammelt haben. Ne, was machen wir? Ich würde sagen, wir haben ja die Schmelze, unser heißen Ofen jetzt, den haben wir ja und wir brauchen Ressourcen, wir brauchen jede Menge Ressourcen. Wir haben Eisen, acht Barren, aber das heißt auch, wir brauchen, wir brauchen geschmolzenes Aluminium, ja sehr schön. Wir brauchen Gold, wir brauchen Gold, das heißt, wir werden eine Höhlentour machen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei, wir müssen eine Höhlentour machen. Wir brauchen Gold. Das ist, ne, das heißt, wir brauchen jetzt mal ein paar Kisten hier noch, damit wir die anderen Kisten da leer kriegen. So. Und dann gucken wir mal, dass wir an die Kisten kommen. Was haben wir hier drin? Da ist nämlich auch noch jede Menge Scheiße drin. Entschuldigung, ja. Aber dann ist die auch leer. Dann können wir die nämlich auch mitnehmen. So. Dann, 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 dann bauen wir eine Kiste. Hallo, geh von meiner Werkbank runter. So. 48 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 aus Kistus. 6 aus Kistus. Dann, dann bauen wir die nämlich. Zwei von denen. Bauen wir dann hinten an die Schmelze. Dann können wir nämlich da alles von der Schmelze reinpacken. Dann haben wir das nämlich auch schon. Dann haben wir das auch schon. Können wir eigentlich direkt, wo stellen wir den hin? Packen wir die da rein. Dann können das da rein. Das kann da rein. Der kann da rein. Das, das, das. Der kann auch da rein. Der Kupfer kann man auch da reinpacken. Dann haben wir das schon mal. Ne? Was haben wir denn auf dem Gürtel noch? Da haben wir noch eine leere Kiste. Dann packen wir die dazu. Dann haben wir zwei. Wir haben zwei Stahlspitzhacken. Einen Eimer. Die müssten wir voll machen mit Wasser. Falls wir in Lava oder so kommen. Damit wir direkt mal, ne? Da können wir die nämlich auch mitnehmen. So. Dann brauchen wir, dann brauchen wir auf jeden Fall jede Menge zu essen. Ich würde dann eine Kiste nehmen. Die würde ich dann voller Essen machen. Hier und da. Was haben wir hier drin? Jede Menge, eigentlich im Grunde jede Menge Schrotten, ne? Oh, da heulen die Wölfe. Da heulen sie. Ich habe keinen Platz hier, ne? Da ist Metall drin, ne? Da ist Metall drin, ne? Lass uns mal gucken. Wir haben da noch eine kaputte Eisenspitzhacke. Wir haben Eisen. Das braucht man. Da würde ich gerne neue bauen. Dann Sand und Kies könnten wir eigentlich mit da reinpacken. Das raus. Die Kohle kann auch raus. Dann müssen wir noch Fackeln bauen. Da ist der Ton. Den Sand packen wir auch da rein. Das haben wir, das haben wir. Was haben wir hier drin? Da ist das Holz drin. Da haben wir Stickies. Da haben wir noch ein paar Fackeln. Holzkohle hatten wir ja auch, ne? Holzkohle haben wir ja auch gemacht. Da ist sie doch. So. Haben wir sonst noch was hier drin? Da ist noch ein bisschen Holzkohle drin. Da ist gar nichts mehr drin. Den können wir da reinpacken. So. Dann bauen wir uns noch ein paar Fackeln. Die Stickies würde ich mich dann gerne auch mitnehmen. Die da hin. Den da hin. Die würde ich da drunter packen. Dann müssen wir eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Eine Kiste. Da war. Das ist Eisen. Hm, 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 hm. Wir haben noch ein bisschen Baumwolle. Wir müssen irgendwo die Kisten hinstellen. Ich würde gerne irgendwo hier hinstellen, damit die alle an einem Platz sind. Damit da hat es halt. Du musst gleich dein Bett opfern. Haben wir hier irgendwo ein Bett frei, damit ich mal schnell pennen kann. Da ist auch alles frei. Alter, was ist denn hier los? Nurgendwo ein Bett frei. Ach so. Ihr habt ein Rendezvous. Okay. Ah, guck mal, da ist doch noch eins frei. Da legen wir uns mal eben da. Okay. Das sah ein bisschen komisch aus, aber in Ordnung. Können wir mit leben. Jungen Tag, Jungen Tag, Jungen Tag. So. Das eine Bett müssen wir abreißen. Da müssen wir rein. Hallo, was ist denn hier los? Tut mir leid, aber hier muss ich meine Kisten hin parken. Da müssen meine Kisten hin. Da würde ich gerne in den Rest reinpacken. Ich wäre dir sehr verbunden, wenn du mir auf Seite gehen könntest. Das kann da rein, das kann da rein, das, das. Die können da rein, die. Das Bett, hier bräuchten wir eigentlich nicht, ne? Können wir auch da reinpacken, so. Die Stickies würde ich gerne eisenspitzhacken. Wir brauchen eisenspitzhacken. Eins, zwei, drei. Reichen drei Stück? Reichen drei Stück? Ja komm, mach mal vier. Ja, ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht schlimm. Schaufeln können wir uns so machen. Können wir das Eisen wegpacken, so. Dann haben wir da noch ein bisschen Kohle. Damit können wir uns auch noch ein paar Fackeln bauen. Ne? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns noch ein paar Fackeln bauen. So, 33. Dann haben wir da noch ein paar Stickies. So. 4,54. Das ist eigentlich vom, da packen wir die da rein. Der kommt raus, den packen wir da rein. Die Schere brauchen wir auch nicht. Das heißt, hier können wir eigentlich, guck mal, er ist weggegangen, endlich. Der kann da rein, der kann da rein, der kann da rein. Der hat Stück Kohle kann auch da rein. Wir bräuchten noch ein paar Stickies für unterwegs, ne? Damit wir uns unterwegs neue Fackeln bauen können. Ja, guten Tag. Das heißt, wir bräuchten im Notfall noch ein bisschen Holz. Wir haben da Eichenholzbretter noch. Die können wir nutzen. Da haben wir noch Wolle. So. Ja, Kanderholz können wir eigentlich auch dazu nehmen, ne? Lass uns mal gucken. Nehmen wir erstmal die. So. Dann haben wir da 35. Da haben wir 32. So. 64 und 35. Das ist sehr gut. Dann packen wir die nämlich mit in den Gürtel. Da drauf. Die packen wir. Wir könnten die eigentlich auch in die Kiste packen, ne? Eine Axt. Brauchen wir eine Axt? Die kaputte würde ich auch hier lassen. Dann nehme ich eine neue mit. Der rein, der rein. Den brauchen wir nicht. Wir nehmen direkt ein neues Werkzeug mit. Den da hin. Den Eimer würde ich dann gerne da hin packen. Wir haben ein Schwert. Wir haben Spitzhacke. Wir haben eine Schaufel. Wobei wir könnten auch noch ein paar Schaufel mitnehmen, ne? Die ist Schrott. So. Wo habe ich denn jetzt? Da sind sie doch. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Da sind sie doch. Spitzhacke. See. See. Da bauen wir uns noch ein paar Schaufeln. Drei Stück. Die packen wir. Essen müssen wir auch mitnehmen. Essen. Weltwichtig. Weltwichtig. Essen braucht man jede Menge, ne? Packen wir die mit da drauf. Wir haben zwei Kisten. Die packen wir da hin. Die packen wir in die Truhe. Da rein. Dann brauchen wir noch Kartoffeln, ne? Ofenkartoffeln würde ich dann gerne machen. Dann gehen wir uns noch eben schon ein paar Kartoffeln holen. Hallo, was ist denn? Hallo, Buschkind. Hallo, Buschkind. Wie geht es dir? Da ist schon eine neue Birke gewachsen. Sehr schön. Heißt, wir könnten auch noch Holzkohle direkt machen. Mio, 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 mio. Was ist denn hier los? Und schon wieder eine giftige Kartoffel, älter. Der mit der Giftel. Was ist denn hier los? Ist da irgendein Zombie drunter oder so? Habe ich irgendwas verpasst? Kartoffel. Kartoffel, 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 Kartoffel. Nein, nicht die giftige. Es ist bloß nicht die. Sag mal. Nicht die giftige. Kannst du mir doch nicht antun. So. Das haben wir, das haben wir. Das haben wir. Die packen wir da rein. Das ist widerlich. Ekelhaft. So, dann packen wir die mal schnell in den Ofen. Und dann würde ich sagen. Guten Tag. Darf ich rein? Dankeschön. Die könnten wir unten rein schnell packen, ne? So. Dann warten wir, bis die noch gebraten sind. Und dann. Würde ich sagen. Gehen wir los, ne? Dann gehen wir los. Dann haben wir das. Dann suchen wir uns mal Ressourcen. Könnten in der Zeit, wo die braten. Könnten wir aber hingehen. Und noch schnell die Schafe scheren. Die Wolle packen wir auch darüber. Dann haben wir das nämlich auch schon. So. Ah, guck mal. 86 Wolle haben wir im Moment. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Dann machen wir die nämlich auch. Wir brauchen so viele Betten, ne? Wann machst du? Lass die Schafe in Ruhe. Die brauche ich noch. So. Da ist auch noch eins. So. Dankeschön. Sonst noch irgendeiner ohne Fahrschein. Sieht nicht so aus, ne? Machen wir schön wieder zu, ne? Bevor die hier alle auf dumme Ideen kommen und alle wieder da reinspringen. So, dann haben wir da 61, 45, 106 Stück. Ja, das ist doch 106 Stück. Das ist doch schon mal, das ist doch schon mal eine Marke, ist das. Das ist doch genial ist das. Da haben wir die. Die packen wir da drauf. Da haben wir die nämlich auch schon. Die Schere kann wieder weg, ne? In der Zeit sind die auch fertig. Ich bin ja überlegen, ob wir die Kiste da auch noch mitnehmen. Gerold, Gerold. Eigentlich nicht, ne? 6,57. Könnten vielleicht noch ein Schwert mitnehmen. Noch eins. Ich glaube, das machen wir auch. Besser ist es. Besser ist es. Nee, besser ist es. Man weiß ja nie. Komm, bratschneller. Bratschneller. So. Hammer, 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 hammer. Hammer, hammer, hammer. So. Dann würde ich sagen, lass uns marschieren. Hier und da. Suchen wir uns eine Höhle. Suchen wir uns eine Höhle. Da ist auch noch ein Schaf. Aber das ist jetzt. Nein. So. Haben wir hier irgendwo eine Höhle. Im Grunde müssten wir hier ganz viele haben, ne? Immer Richtung Monster. Das sieht gut aus. Was bist du? Kohle kann man direkt mitnehmen, ne? Nehmen wir die Kohle direkt mit. Ich glaube, das ist hier, wo ich das letzte Mal reingefallen bin. Kann das sein? Wir hätten vielleicht schon noch ein Deck Erde mitnehmen sollen. Dann würde ich nämlich jetzt auch runterkommen. Ja, ich weiß. Das nehmen wir da auch mit. Das nehmen wir da auch mit. Das nehmen wir da auch mit. Da ist noch ein bisschen Kupfer. Können wir auch mitnehmen. Den Kies könnten wir eigentlich auch direkt mitnehmen, ne? Dann hätten wir den nämlich auch schon. Brauchen wir sowieso noch Kies. Dann nehmen wir den nämlich auch direkt mit. Müssen wir gleich mal gucken, dass wir hier irgendwo ne... Treppe hochgebaut kriegen. Irgendwie. Da hoch. Irgendwie. Ist hier Kies drin. Ist ja der Wahnsinn. Immer her damit. Immer her damit. Jede Menge Feuersteine. Das nehmen wir auch noch mit. Und den Rest holen wir nachher auf dem Rückweg, glaube ich, würde ich sagen. Besser ist das. Was haben wir denn da? Zinn. Ich möchte aber als allererstes wirklich gerne hier doch eine Treppe hochbauen, damit ich da wieder rauskomme. Also, wir sind da runter, ne? So. So. Ich lasse mich gucken. Wir sind ja da runter. Dann könnten wir doch eigentlich da runter gehen, ne? So. Nein, du nicht. So. Dann geht es hier weiter. Da muss ein Stein wieder rein. So. Das passt. Was haben wir denn da? Eisen. Noch mehr Eisen. Ja, her damit. Her damit. Wir brauchen jede Menge Eisen. Brauchen wir. Ich würde aber gerne eine Kiste davon schon mal rausnehmen. Die packen wir uns hier drauf. Damit wir da der ganze Ressourcengedöns reinpacken können. Das auch noch Eisen. Das ist der Kupfer. Das kann da rein, das. Das. Den Kies nehmen wir mit. Den kann da rein. Der kann da rein. Haben wir sonst noch irgendwas? Die Kohle, ne? Die Kohle könnten wir auch da reinpacken. So. Das kann da rein. Ja, wir hätten eine Axt mitnehmen sollen. Ja, mach mal so. Hallo, Kiste, bleib hier. Bleib hier. Dich packen wir. Wo packen wir dich denn hin? Dahin. Da stößt du nicht. So. Dann würde ich sagen, gehen wir da weiter runter, ne? So. Ha. Da haben wir da Zinn. Oh, die geht aber tief, ne? Oh, die geht sehr tief. Wir müssen die Fackel umsetzen. Wir müssen die... Da hin. Die muss weg. Wenn wir hier runterkommen. Limestone. The Limestone. Was haben wir hier? Zinn. Ja, Zinn nehmen wir auch mit. Lim, de lim, de lim, de lim, de lim, de lim. Da haben wir noch Kohle. Da würde ich gerne... Komm ich da rüber? So, ne? Ja. Das passt auch. Da machen wir auch noch einen rein. Neh mal mit. Brauchen wir ja. Brauchen wir ja... Die können wir uns ja gleich sowieso unten wieder aufsammeln. Können wir ja gleich sowieso wieder unten aufsammeln. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ne? Da eine Fackel. So. Wie gehen wir denn jetzt weiter? Das Ende, ne? Da kommt auch nichts mehr. Da muss ich eben... Dann müssen wir... Ach, Fledermäuse. Ich höre sie schon. Ich höre sie schon. Ich höre sie doch schon. Könnten wir doch eigentlich... Wenn wir das so machen und hier weiter runter gehen, dann müsste doch funktionieren, oder nicht? Dann müsste doch funktionieren. Gehen wir da nämlich weiter runter. Upsala. Ja, das passt. Dann könnten wir uns aber auch direkt unten da irgendwo so eine Art Base aufbauen, oder so, ne? Ich hasse es, wenn man es in ungewisse springt, ne? Da kriege ich ja kein Freund von. Ach, kipp mal da. Da sind sie ja schon. Da sind sie ja schon. Ja, ich sehe euch. Kies. Ich würde die Kiste... Die könnten wir ja eigentlich mal hier hinstellen, oder? Was meint ihr? Die könnten wir doch eigentlich mal hier hinstellen. Dann hätten wir sie hier schon mal aus dem Weg. Eisen da rein. Das da ist das da rein. Den Rest brauchen wir eigentlich nicht, ne? La 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 la. Das gepiepselt, der geht mir auch so auf den Senkel. Was war das? Was auch Eisen? Ich würde gerne hinter mir zubauen. Dass wir erstmal in die Richtung da gehen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. So. Geh weg. Geh weg. Komm runter. Komm her. Der kommt nicht runter, ne? Was ist das denn für eine Höhle hier? Und noch mehr. Ist er jetzt nicht wahr, oder? Das sind auch noch welche. Alter, was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Nee, 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 nee. Muss er aufpassen, ne? Hängt er sonst nachher irgendwann hinter dir und wirft dich runter, oder so? Da hängen auch noch welche. Ich glaube, hier geht er tief runter. Ich glaube, hier geht er tief runter. Ich glaube, hier geht er tief runter. Mal mal Ruhe hier haben. So. Nehmen wir den noch auf der anderen Seite. Geh weg. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Komm mal her, komm. Hier. Komm. 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 Hier in Ruhe. Abfahren. Kupfer, 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 da ist auch noch einer. Warte mal da, 10. Oh, ist das schon. Da haben wir Eisen. Boah, hier haben wir Ressourcen ohne Ende. Kristalle. Hier ist Ende. Dann brauchen wir da, da nehmen wir die Kohle mit, ne? Von der Seite. Und dann gehen wir auf den Rückweg und fahren alles ab, würde ich sagen. So, den Busch, den nehmen wir auch mit. Die Essenzbüsche, die sind weltwichtig. Die brauchen wir nachher noch. Kupfer, Kohle. See, Kühle, 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 Kühle. Kühle, Kühle, Kühle. Ah, guck mal, das ist noch Eisen. Dann nehmen wir natürlich auch mit. Noch mehr Eisen. Oh, ist das herrlich. Ist das herrlich. Ja, komm, den einen müssen wir auch noch mitnehmen. Den brauchen wir auch noch. Dankeschön. Stellen wir da eine Fackel rein, ja, ne, würde ich sagen. Stellen wir da eine Fackel rein, dann haben wir das nämlich auch. Bevor da eine schöne Überraschung kommt. Muss ja nicht sein, ne? Ah, Bernstein. Ja, damit. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Da ist auch noch was. Kohle, Bernstein. Ja, das klimpert in der Tasche. Das klimpert, ist das schön. Kühle, Kühle. Und da ist noch mehr Eisen. Oh, ist das genial. Ja, aber wir brauchen ja eigentlich Gold, ne? Wir brauchen ja eigentlich Gold. So. Wird alles aufgesammelt. Da ist auch noch Eisen. Da komm ich nicht dran, da komm ich nicht dran, doch. Als würde ich da nicht dran kommen. Alles einsammeln. Was ist? Taschen voll. Was werfen wir denn raus? Granit raus damit. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wer braucht denn schon Granit? Erstmal nicht Bernstein. Dann haben wir da. Zinn. Immerher damit. Dann haben wir da noch Kupfer. Die Kristalle würde ich eigentlich auch gerne mitnehmen, ne? Oh. Ja, dann müssen wir... Was können wir denn noch rauswerfen? Was können wir denn noch rauswerfen? Eisen, Marble. Komm, raus damit. Brauchen wir auch nicht. Wir brauchen nur... Ah, komm schon. So, jetzt haben wir ihn. Da haben wir noch Kupfer. Wobei, so viel Kupfer brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Das ist zwar schön, aber... Ich wäre ja viel eher für... Kohle und der ganze Gedöns. Kohle, Eisengold. Das wäre ja viel wichtiger. Warte mal da. Nochmal Zinn. Kaputt. Quarz, er hat es ja sehr schön. Haben wir auch keinen Platz von, ne? Was können wir denn hier noch rauswerfen? Marble, raus. So. Dann würde ich sagen, bringen wir das mal eben zur Kiste, ne? Bringen wir das mal eben zur Kiste. Nehmen wir hier noch die Reste mit. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Dann gehen wir weiter. Warum? Vielen Dank.